So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, beziehungsweise eine neue Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz besonderes für euch vorbereitet. Ich war nämlich letztens einkaufen, diesmal im Norma, ja, kennt ihr Norma? Da habe ich Wurst gesehen, die mich von der Verpackung her schon direkt angesprochen hat. Und zwar diese hier, guckt doch mal, sowas ähnliches habe ich schon mal im Netto gesehen. So, extrem Hot Salami mit so einem Verkehrsschild drauf, die fand ich damals richtig genial. Als ich da noch gearbeitet habe, habe ich immer, wenn ich Pause hatte, mir einen Semmel geholt, habe die Packung auf, habe die ganze Packung da auf das Semmel draufgelegt, habe das gegessen. Das war richtig schön scharf und brutal. Aus der Norma, kenne ich die leider noch nicht, von Gut Badenhof. Und neu ist es auch noch, deswegen kann ich das damals nicht. Chili, Salami, Geräusche, hat Spitzenqualität, ja. Was ich jetzt aber schon sehe, das andere, das war ungefähr die Hälfte von der Packung. Das ist jetzt ungefähr doppelt so viel Salami. Und das alles auf einen Semmel wird ein bisschen brutal. Gleichzeitig habe ich gesehen, es gibt auch noch die Herzhafte. Ja, die macht Schatten, weil er sich direkt vor das Fenster setzt. Die ist auch neu und die heißt die Herzhafte, weil das Herzscheiben, ne, es sind runde Scheiben mit einer Herzform drin. Und die Herzform besteht aus Serveladwurst. Servus, ne. Servus, Ladwurst. Also, wer kennt das? Jetzt habe ich also extrem hot und die Herzhafte zum Testen hier. Dafür habe ich mir hier einen Beutel mit Semmel geholt. Das heißt, ich brauche einen Semmel für den einen. Ich brauche einen zweiten Semmel für den anderen. Und dann gibt es noch einen dritten Semmel. Den kann man dann aus dem Fenster werfen. Ich mache jetzt erstmal hier die Semmel auf. Das heißt, ihr nehmt ein Messer und schneidet in die Semmel rein. Passt aber auf, dass ihr euch nicht in die Hand schneidet oder woanders hin. Das ist nämlich sehr gefährlich. Deswegen, wenn ihr jemanden kennt, fragt mal, ob die euch die Semmel aufschneiden. Jetzt schneidet ihr die Semmel auf. Und dann seht ihr schon, dass wieder alles komplett vollgesaut ist. Weil ihr keinen Teller habt und so ein komisches Brett nehmt. So sieht das jetzt aus. Wunderbar, da sind die Semmel. Und da ist der Adi. Und da sind die Semmel. Und jetzt machen wir so eine Packung von der Wurst auf. Und ich sage, wir probieren es erstmal mit der Herzhaften. Ihr wisst ja, ihr sollt zum Frühstück oder zum Mittag immer so essen wie so ein Kaiser-Dude. Und der isst natürlich bekanntlich viel. Und abends dann so wie ein Bettelmann. Das heißt, jetzt muss ich mir zwei dicke, fette Brötchensemmel, Salami-Brötchensemmel mit Salami reinschießen. Damit ich abends nur einen trockenen Semmel esse. Und dann habe ich da einen deutlichen Unterschied gemacht. Das ist eine ganze Packung herzhafte. Die nehmen wir jetzt mal. und gucken mal, ob wir die auf den Semmel kriegen und dann zupacken. Das sieht dann ungefähr so aus. Das ist eine Packung herzhafte auf einen Semmel drauf. Ist halt ein bisschen zu groß. Deswegen machen wir das mal in der Mitte auseinander und legen das dann zusammen und dann seht ihr, dass das jetzt viel besser passt. Jetzt habt ihr hier einen schön dicken, herzhaften Salami-Semmel. Gleichzeitig nehmen wir die Packung extrem hot. Ja, das ist wichtig. Und dann werden wir den großen Vergleichstest machen. Hintergrund der ganzen Aktion ist nämlich, dass sie jetzt schon seit zehn Jahren im Fach rumliegen und dass sie weg müssen. Und deswegen kann ich da nicht zehn Jahre dran essen. Deswegen packe ich mir das jetzt alles einfach auf einen Semmel drauf. Macht den Semmel zu. Und dann präsentieren wir euch das nochmal. Das ist jetzt das Extreme Hot Salami Brötchen Baguette. Ich kann es euch aber von hier zeigen. Hier habt ihr also das herzhafte mit Herzform. Und daneben habt ihr das Extreme Hot mit Verkehrsschildern. Jetzt probieren wir mal. Beißen wir überall rein, welches jetzt das Beste ist. Das dürfte einfach nur noch Salami schmecken. Gut, auch mit Servus-Ladwurst in der Mitte. Manchmal ist das anstrengend zu kauen. Aber der Semmel ist schön frisch. Ich kann das auch komplett nicht nachvollziehen. Die Leute, die mal zum Bäcker gehen und bezahlen für einen Semmel 60 Cent. Der nach Gummi schmeckt. Und hier habt ihr für 25 Cent einen Semmel, der einfach außen schön kross ist und innen drin weich und soft. Also ich kann mit Bäckersemmeln wirklich nichts anfangen. Auch mit Brötchen nicht. Ich finde hier diese normalen, die es in dem Backshop in jedem Supermarkt gibt, finde ich irgendwie besser. Wie ist das bei euch? Kauft ihr immer beim Bäcker eure Brötchen oder in so einem Backshop im Supermarkt? Hier schmeckt es auf jeden Fall jetzt nach ein bisschen Salami und ein bisschen nach Servus-Ladwurst. Habe ich jetzt eigentlich kräftiger erwartet. Aber dafür habe ich ja gleich noch hier die Extrem-Variante. Ich glaube, da ist es eigentlich egal, welche Salami ihr großartig kauft. Das Stück in der Mitte nimmt irgendwie den Geschmack noch ein bisschen raus. Obwohl ich immer dachte, dass Servus-Ladwurst auch so eine Art Salami ist. Sieht ja auch so ähnlich aus, außer hier. Hier sieht das eigentlich aus wie Bierwurst oder wie Schinkenwurst oder wie was anderes, weil das so total hell ist. Ich erwarte von dem anderen jetzt viel mehr. Wenn mir da ein bisschen Geschmack gefehlt hat, muss ja die Extrem-Hot-Variante jetzt richtig reinhauen. Und schön kräftig und würzig sein. Guck mal, wie dick das ist. So ein dicker Semmel. Junge. Das sieht nicht so dick aus. Aber ich merke was auf der Zunge. Es fängt auf der Zunge schon an zu bitzeln und zu brennen. Das heißt, hier merkt ihr richtig was. Was ich auf jeden Fall sehr gut finde. Kann ich wirklich gut vergleichen mit der Extrem-Hot-Salami, die es immer im Netto gab. Nur halt in kleineren Packungen. Wo es dann auch diese Hanfsalami dazu gab. Mit diesen Hanfsamen außen rum gespickt. Die fand ich beide mal richtig toll. Hier muss ich sagen, die herzhafte gefällt mir nicht so. Aber die Extrem-Hot, die passt schon. Die kann man essen. Die würde ich mir auch nochmal holen. Und ich will euch jetzt nicht die ganze Zeit zeigen, wie hier Semmel ist. Wahrscheinlich werfe ich schnell alles weg. Ich esse natürlich immer alles. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.